Die Weihnachtspause ist vorbei. Willkommen zurück bei Traden Lernen und es geht direkt weiter mit einem Banger Video. Also Leute, wir starten. Und zwar Banger Video. Ihr seht es im Hintergrund. Wir haben ganz normal unseren Footprint Chart auf. Wir haben ganz normal unseren Bookmap Chart auf. Und heute geht es mal darum, Banger Setups. Wie können wir Footprint mit Bookmap kombinieren? Man kann beides natürlich auch autark voneinander. Traden. Aber man hat natürlich durch die Level 2 Daten, die man mit einbezieht. Level 2 Daten bedeutet, man sieht die Veränderungen der Limit Orders. Sieht man natürlich ein bisschen mehr und man sieht interessante Zonen. Und zwar, wir schauen uns mal ganz kurz an, wo befinden wir uns. Ihr seht hier oben diesen Spike. Das ist das hier oben. Ihr seht sehr viele Käufer. Wir sehen hier sehr viel Blau. Markt steigt nicht weiter an. Markt dreht. Sobald die ersten Verkäufer kommen, kommt der Abwärtsimpuls. Das gleiche wäre dann quasi hier der Fall. Außer, dass wir es hier kumuliert auf einem Tick sehen. Hier sehen wir, wie sich das Ganze langsam aufbaut und wie immer mehr, immer mehr Verkäufer kommen. Wie wir quasi dann einen kleinen Widerstandsbereich hier mit High-Negativ-Volume-Delta brechen. Und der Markt dann halt durchbricht, wie wir das Ganze pullbacken und wie es dann weitergeht. Aber jetzt, was das Interessante ist, pullback ist ja so das, was dann in diesem Bereich hier stattfindet, bei der 27. Und zwar, was ist jetzt das Interessante, was hier passiert? Und zwar sehen wir massives Front-Pushing oder massives Absorption, Antäuschen oder auch echtes in Form von Limit Orders. Ihr seht es. Nachdem wir dieses Hoch hier oben gebildet haben, abgeprallt sind, inzwischen tief geballert haben. Und nachdem wir nach dieser ganzen Strecke hier, diese Strecke haben wir korrigiert, wollen wir wieder in die Impulsbewegung, oder in die Bewegung reingehen, aus der wir kamen. Und dann kommt außen nichts. Bam, 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 Bam. Limit Orders. Und die bleiben. Ihr seht es, wir handeln hier ein bisschen rein, ein bisschen verschwindet, ein bisschen wird ausgeführt. Und der Markt akzeptiert das. Der sieht diese Limit Orders. Er hat es kurz versucht, mit ein bisschen Kaufvolumen reinzukommen. Es kommt nichts nach. Der Markt ballert nicht hoch. Das heißt, haben diese Limit Orders hier jetzt alles absorbiert? Haben die den Markt abgeschreckt? Nein, die sind potenziell eher fake. Warum? Wir sehen es, dass hier einmal ein bisschen erhöhte Liquidität reinkam. Ihr seht auch hier den Gegenspike dann direkt, wo dann wirklich Liquidität reinkommt, wenn wir das hier unten mal vergleichen. Sehen wir ein bisschen Liquidität kommt rein, aber der Markt bewegt sich nicht weiter nach oben. Er tut sich nichts. Es kommt keine weitere Liquidität rein. Das heißt, wir haben hier so eine Mischung aus. Es wird Liquidität bereitgestellt. Sie wird absorbiert, weil der Markt nicht weiter hochspiket. Aber es kommt auch nicht wirklich was weiter nach. Das heißt, die Limit Orders oder die Liquidität, die hier liegt, wird gar nicht benötigt, um irgendwas zu absorbieren, weil gar keine Käufer mehr bereit sind, den Markt weiter hoch zu pushen. Und da, wo gerade die Markierung ist, wo wir jetzt mal die 1 dran machen, das war quasi der Versuch, wo die Käufer nochmal versucht haben, den Markt weiter hoch zu pushen. Und was ist die Reaktion? Ihr seht es direkt darunter. Das wäre dann die 2. Anstieg, negatives Volumen. Der Markt will sofort nach unten. Das heißt, die Verbindung aus einer potenziellen Absorption mit den Limit Orders. Die fehlenden Käufer oder die Käufer, die es nicht schaffen, den Markt hochzubringen. Und dann sehen wir sofort in 2 die Reaktion der Verkäufer, die sofort reinkommen und sagen, ah, okay, danke, nehme ich mit. Und sofort kommt die Masse rein. Mini Pullback, kommen noch weniger Verkäufer nach. Die Masse geht weiter rein und die Bewegung entsteht. Das heißt, sowas hier klassisch. Ihr seht es, das war ein Zwischentief. Das heißt, das sind sowas, wo Stops liegen, wo ganz normal die Breakout Trader hinpacken. Hier packen dann ein paar Algos schon rein. Hier sind auch ein paar Trader schon drin, die natürlich diese schöne Absorption hier oben verstanden haben. Und die Masse ist das, was hier reinkommt, wenn die Bewegung anfängt. Und was passiert dann, wenn die Masse reinkommt oder ein Großteil der Leute reinkommt? Der Markt korrigiert. Und das wäre dann wieder der Bereich, wo dann die cleveren Trader auf den nächsten Einstieg warten würden. Das heißt, das wäre das, was für uns wieder interessant ist. Schauen wir mal, was der Markt aktuell macht. Wir sehen, wir sind noch voll in der Korrekturphase. Was ist bei der Korrekturphase interessant? Sie ist sehr positiv. Ihr seht, sehr, sehr viele Käufer kommen rein, geht in Richtung nächste Liquidität. Wir sehen schon potenziell bei unserem Indikator. Er möchte vielleicht ein bisschen absorbieren. Das heißt, worauf müssen wir jetzt warten? Dass wir quasi irgendwo in diesem Bereich hier sehen, dass wieder Verkäufer stärker werden. Dass wir noch weit genug von dem Tief reinkommen. Dass wir mindestens unsere 4 bis 6 Ticks Abstand haben, damit man überhaupt einen Skype-Trade mitnehmen kann. Und damit, wenn wir irgendwo hier reinkommen, einen kleinen Stop haben, wenn der Markt hier unten sich schwer tut, nicht anläuft. Dass wir immer mit Plus aus den Trades rauskommen. Das ist extrem, extrem wichtig. Das ist jetzt so die reine Sicht auf Bookmap. Schauen wir uns das Ganze mal im Footprint an. Sehen wir, man könnte sich das jetzt auch in Bookmap 1 zeichnen lassen. Sehen wir, okay, wir sind hier am Tages-Pock. Hier haben wir den V-Web durchbrochen, wo ein bisschen Dynamik kam. Und wir haben jetzt hier noch die Value-Area. Das heißt, wir haben, und hier oben haben wir auch nochmal die Value-Area. Das heißt, wir sind in einer sehr kleinen Range zwischen potenziellen Widerstandsbereichen. Ihr seht natürlich den Markt-Trade ein bisschen durch. Aber natürlich ist es besser, wenn wir uns außerhalb befinden und dann wieder in den ganzen Bums rein-traden. Das heißt, würden wir jetzt irgendwo hier Mittig-Trades machen, eher weniger clever. Oder wir müssen halt unser Target runterfahren, dass wir nicht so große Targets nehmen. Weil wir halt potenziell zu viele Widerstandsbereiche haben, wo der Markt sich schwer tun kann. Und da wollen wir dann natürlich nicht rein-traden, weil das macht keinen Sinn, in potenzielle Widerstandsbereiche reinzutraden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt wieder etwas Neues gelernt. Morgen geht es ganz nochmal weiter mit dem nächsten Video. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.